Also da sage ich dir mal meine drei Top, und dann sagt er dir noch seine Top-Entzündungsregulierer. Nummer 1, Erdung. Durch das Barfußgehen auf, wirklich einen guten Wiesenuntergrund oder irgendwo außerhalb der Stadt, wo nicht durch den Boden auch noch die Hauserdung der ganzen Häuser fließt, ja, da sind viele Störfälle in der Stadt und Parks, sondern wirklich außerhalb der Stadt gelegen, ist das stärkste antioxidative Potenzial und entzündungsregulierende Potenzial, was man mittlerweile nachweisen kann. Es ist unfassbar, was es macht, sich einfach auf eine Wiese zu legen oder einen Baum zu umarmen. Es galt bisher als Esoterik und spirituelle Spinnerei, aber es ist überführt als eine ganz, ganz wichtige Heilmaßnahme. Nummer 1, dann Nummer 2, ganz, ganz starke Antioxidantien, Entzündungshemmer, wie in meines Erachtens Vitamin C ganz klassisch, eines der besten ist, um das darunter zu regulieren und aber auch, wie vorhin erwähnt, bereits Zeolith, um das zu löschen. Und jetzt hast du ja vielleicht noch ein paar Öle oder andere Ansätze, was du machen willst bei Entzündung? Ja, also gerade wenn es eine Entzündung am Knie ist zum Beispiel, würde ich das Öl Pan-A-Way empfehlen. Darüber hinaus würde ich, weil man muss immer auch verstehen, du hast jetzt gerade gesagt, du hast irgendwas machen lassen. Wo Entzündung ist, ist es auch immer Heilung. Deswegen sollte man auch mit dem Bewusstsein daran arbeiten und sagen, okay, ist es gut jetzt so, wie es ist, es heilt gerade und diesen Prozess auch annehmen, dann geht es gerade nochmal schneller, als wenn man sagt, scheiße, ich habe jetzt diese Entzündung, was ein Mist. Und das Dritte wäre Glutathion, auch ein sehr, sehr starkes Antioxidant, was viel in rohem Spargel enthalten ist zum Beispiel. Ja, und aber auch in hohen Dosen. Ja, oder natürlich auch Weizengras. Ich würde am besten gleich da hochgehen und mir einen Weizengras-Shot sichern. Sehr praxisnah, sehr guter Tipp. Haben wir auch heute schon gemacht, mehrere Weizengras-Shot da oben zu trinken, ist die optimale Lösung. Ich habe übrigens wieder eine 10er-Flat geholt. Sehr gut, sehr gut. Super. Noch irgendwelche Fragen? Ja, erst der Herr, ja. Das kann man so oder so sehen, das kommt halt darauf an, in welcher Situation du dich befindest. Heutzutage sind wir umgeben von unglaublich vielen Schwermetallen, die noch gar nicht so ins Bewusstsein gerückt sind. Ich mache jetzt seit drei Jahren Bio-Scans, das heißt, ich checke Leute durch und habe jetzt 2000 Leute gescannt und eigentlich original jeder hat eine Schwermetallbelastung. Blei, Cadmium, Arsen, Aluminium und ganz schlimm Quecksilber. Und um das zu binden, ist die Chlorella einfach besser. Die hat ganz bestimmte Entgiftungsprinzipien, Gelatbildner, die dabei helfen, diese Gifte auszuleiten. Die hat die Spirulina auch, aber in viel geringeren Dosen. Die Spirulina ist laut NASA das für den Menschen am besten geeignete Lebensmittel der Welt. Ich bin auch ein ganz großer Freund von der Spirulina und esse sie auch jeden Tag. Aber wenn ich mich beschränken sollte, Spirulina oder Chlorella, auf die heutige Zeit würde ich für die Leute, die noch nicht in ihrer vollen Kraft sind, entweder beides empfehlen oder zuerst die Chlorella. Weil bei Spirulina kenne ich auch nur einen Hersteller, der sie wirklich hervorragend macht. Und das ist hier oben der Akal Food und auch diese aus Frankreich sind auch ganz gut. Aber es muss Rohkost sein und da gibt es so viel Schrott auf dem Markt, dass es schon wieder gefährlich ist. Was weißt du noch zum Thema Spirulina, Chlorella? Ja, also ich würde Spirulina eher so in die Sachen Aufbau, Energie, Kraft einordnen. Also wirklich als Nahrungsmittel, was mir Energie gibt. Und Chlorella eher so als Regulation des Körpers, um wieder zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus und so. Die Chlorella sehe ich sehr gut als Adaption, als Lebensmittel, das uns in der heutigen Zeit die ganzen Negativeinflüsse ausgleicht. Wie zum Beispiel, was ich sehr, sehr beeindruckend fand jetzt die letzten Nächte, weil wir auch viel Blaulicht jetzt auf den Messen ausgesetzt waren, dass ich trotzdem so gut schlafen konnte, weil ich so viel Chlorella am Abend noch gegessen habe. Ja, absolut. Sehr schön. Gut, ja? Gut, die Dame noch? Ich wollte mal fragen, wie sieht es hier aus Vitamin C? Ja, sehr, sehr wichtig. Dann reiße ich das Thema Vitamin C nochmal an. Vitamin C gilt als eines der wichtigsten Antioxidantien im münchen Körper. Vitamin C, wie viel Vitamin C brauchen wir am Tag? Ganz genau. Das wissen wir alle nicht. Die DGE sagt 200 Milligramm, aber Hunde produzieren am Tag 7 Gramm. Und die Affen bei uns im Frankfurter Zoo kriegen 14 Gramm. Wir brauchen als normale Menschen, sagt Linus Pauling, einer der Vitamin C-Experten, 9 Gramm, auch wenn es nur 5 wären. Wir brauchen viel, viel mehr als diese 200 Milligramm. Und darauf kommen wir nicht, auf die 200 Milligramm, sagt die DGE. Das heißt, wir kommen nicht an die untersten Grenzen. Und jetzt überleg mal, für was ist Vitamin C wichtig im Körper? Knorpel, Gelenke, Haut, Augen. Augen. Die gesamte Augenflüssigkeit besteht daraus. Muskeln, dein ganzes Kollagen besteht zum Großteil des Vitamin C. Also Vitamin C ist der Baustein des Lebens. Und dieses Vitamin C müssen wir, also ich komme mal, der jeden Tag Wildkräuter oder Weizengras entsaftet, was ein Extrem, also 40 Mal so viel Vitamin C wie eine Zitrone hat, 40 Mal, so einen Schott schon, davon trinke ich 3, 4 und trotzdem trinke ich noch liposomales Vitamin C. Weil, genau, liposomal, wenn dann nur liposomal. Das andere kannst du alles, ja. Oder Super C, weil er ja erwähnt hat, dass Vitamin C in Kombination mit ätherischen Ölen den perfekten Effekt hat. Weil es geht nicht darum, wie viel nehme ich, wie viel Vitamin C ist da drin, sondern wie kann das absorbiert werden. Es geht nicht darum, was wir essen, sondern was wir aufnehmen können und was in der Zelle letztendlich ankommt. Und deswegen gibt es ein wunderbares Vitamin C-Präparat von Young Living. Oder du machst es, wie er bereits erwähnt hat, Zitrone und dazu liposomales Vitamin C. Okay, das wäre der perfekte Weg, den ich eigentlich jeden Tag mache. Und dann on top noch Wildkröte essen, entsaften etc., weil wir brauchen viel Vitamin C. Gut, fährt dir noch was ein zu Vitamin C? Ja, ich wollte noch sagen zu Super C, vielleicht das in dem, das ist im Endeffekt normales Vitamin C-Pulver. Das Besondere ist, dass sie es geschafft haben, in dieses Pulver das ätherische Öl einzubinden, was sonst keiner schafft. Fantastisch. Genau, also da gibt es super Möglichkeiten. Ja, noch eine Frage. Ah, OPC, sehr schön. OPC können wir auch gerne noch anschneiden. Wunderbar, also ist eines der wirklich stärksten antioxidativen Mittel ebenfalls. Ganz stark auch zum Thema Entzündungen, stimmt. 90 verschiedene Studien zu deren Entzündungswirkung und natürlich genial für die Gefäße. Also in unseren Gefäßen hat sich über die Jahre einiges an Plaques, Rückständen und Stoffwechselmüll eingelagert, sowie Entzündungen. Und das heißt, unser Blutfluss ist nicht optimal. Und OPC putzt wie kaum ein anderes Mittel das Blut. Und was weißt du noch über OPC? Ja, also gerade wenn man eben lange Zeit erhitztes Cholesterin, also denaturiertes Cholesterin gegessen hat und dazu noch die Arterien kaputt waren vom Salz, ist OPC optimal, um das wieder zu regenerieren. Und auch ganz spannend, das passt gerade zu der anderen Frage noch mit dem Vitamin C. Es geht eine Wechselwirkung mit Vitamin C ein, nämlich es recycelt das Vitamin C optimal und macht deswegen das Vitamin C nochmal extrem viel effektiver. Weil Vitamin C ist normalerweise allein gesehen ein Antioxidant, was sich sehr, sehr schnell verbraucht und das OPC tut da so ein bisschen dagegen steuern. Super, sehr gut. Also ich lerne auch immer wieder noch dazu, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Fantastisch. Noch mehr Fragen, damit ich noch mehr lernen kann? Das OPC ist das, sind das Tabletten? OPC ist Traubenkernextrakt und wird dann als Pulver angeboten oder wie wir es haben, liposomal mit Vitamin C. schon kombiniert. Dadurch wird das OPC besser absorbiert und Vitamin C besser recycelt. Dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen zum OPC generell. Also wenn man so im Alltag OPC zu sich nehmen will, kleine Mengen zwar, aber Mengen, sollte man immer die Kerne von allen Sachen, die man isst, zusätzlich da essen. Weil in den Kernen ist immer etwas B12 und auch OPC enthalten. Natürlich in den graben Kernen nochmal besonders stark, aber auch in anderen Kernen ist auch OPC enthalten. Besonders in alten Apfelsorten. Fantastisch. Ihr seht wieder die Natur. Wenn wir sie so wahrnehmen, wie sie ist, nämlich ganzheitlich. Wenn wir den Apfel mit Schale essen, mit Kernen essen und allem drumherum. Super. Dann haben wir wieder alles. Wenn wir aber wieder isoliert arbeiten, zum Beispiel nur von Apfel den Saft trinken oder die Schale wegmachen, dann fehlt ein großes Teil. Deswegen esse ich auch bei der Mango hier oben die Schale mit von Orkos. Oder bei der Papaya die Papaya-Schale, weil da ist am meisten Pepain drin, ein extrem antiparasitäres, antifungales Mittel. Stimmt. Also auch bei der Papaya sollte man auch mal ein paar von den Papaya-Kernen mitessen. Also die Natur hat sich da schon immer was bei gedacht. So, noch eine Frage war? Achso, nicht? Okay. Gut. Ja, oder ist noch was? Gerne noch Fragen. Nein, also das ist das Einzige, wo Chlorella nicht genug hat. Vitamin C ist das Einzige, was zusätzlich unbedingt... Also es ist Vitamin C drin, auch noch mehr als in vielen Nebenzitteln, von denen wir meinen, sie hätten viel lieber Vitamin C. Aber nicht genug, um den täglichen Bedarf zu decken. Unbedingt noch Vitamin C zuführen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wie machen Sie denn? Gerne. Das hat ja auch die Hauses Schubablage gesagt. Wunderschön. Sehr gut. Also zwei sehr effektive Sachen sind MMS, Chlordioxid. Schon mal gehört? Also MMS ist ein Mittel, ein Zauberformel, die Jim Humble entdeckt hat, die eigentlich auf alle, sag ich mal, Bereiche des Körpers wirkt, indem es dort Sauerstoff hinbringt. Und vor allem solche Geschehen haben oft mit Verpilzung im Darm zu tun. Und diese Pilze verursachen Gärung und Fäulnis und Säure. Und dieses MMS geht genau dahin, wo Säure ist und wirkt selektiv nur da, wo Säure ist und bringt da Sauerstoff hin und zerstört es und zerstört auch Pilzstrukturen. Also von innen super, darf ich hier aber nicht jetzt empfehlen, weil das ist verboten. Ja? Aber ich mach das so. Ich trinke MMS oder CDL heißt das. Das ist schon eine Chlordioxidlösung. Schmeckt unglaublich nach Chlorwasser, aber unheimlich effektiv. Von innen, ja? Und von außen unbedingt basische Bäder. Ganz wichtig. Und basische Langzeitbäder. Ab einer Stunde fängt die Haut sich an zu öffnen. Ab drei die tieferen Hautschichten, ab vier, fünf die Organe. Also vier bis, eine bis vier Stunden mindestens in der Badewanne bleiben. Dazu auf 120 Liter, so wie eine Badewanne klassischerweise ist, ein Kilo Natron. Ein Kilo. Und dann hochschwingende ätherische Öle rein. Und vielleicht hat er auch noch zwei Tipps. Ja, also vielleicht fangen wir nochmal bei den Grundlagen an. Zum Beispiel Pflegemittel ist ganz wichtig, die Chemie wegzulassen. Also nichts aus dem, wirklich nichts aus dem Supermarkt. Dass es wieder Bio draufsteht, nichts aus dem Supermarkt. Und am besten hier oben beim Labité. Der hat dann eine wunderbare Creme, die nur aus Shea-Butter und Mineralasche besteht. Und diese Mineralasche versorgt dann gleichzeitig noch die Mikroflora unserer Haut. Weil es ist eigentlich nur ein Umkippen der Mikroflora, dass sowas überhaupt entstehen kann. Sobald die Mikroflora nicht mehr probiotisch ist, sondern antibiotisch, dann entstehen Pilzstrukturen. Und durch die Mineralien können wir die guten Bakterien wieder füttern. Und wieder eine gute Hautflora aufbauen. Fantastisch. Ja, also wieder ursächlich rangehen und der Haut die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen. Indem man ihr die Nährstoffe gibt und eine Flora darauf ansiedelt, wie im Darm. Also sowohl als auch und deswegen auch Probiotika für die Hautprobleme. Die Shea-Flaume zum Beispiel hier vor oben, haben wir gerade wieder gekostet und uns lang mit der Chefin unterhalten. Ein hervorragendes Mittel. Und wir haben sie gestern auch ausprobiert und ich glaube ich habe zwei oder drei gegessen gestern. Und man hat es schon gut gemerkt. Eine fermentierte Pflaume gibt es ja auch hier oben zu bekommen. Also genau, Shea, ja? S-H-A-E-R-E. Shea wie teilen. Vorne, wenn man hoch geht, ganz hinten, letzte Reihe. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. Und ich hoffe, ihr seid sehr zufrieden mit unserem Vortrag. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rucostria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischen, basischen Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rucostria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmschülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarot-Liege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkroten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann, 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 dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.